Rotfuß Das tun wir ja überhaupt nicht. Das ist auch ganz gut so, dass man das nicht hört, aber man hört uns. Ja, das war es eigentlich schon. Überall und einmal. Du guckst dir den Winter wieder an, wenn sie ausgezogen sind und gut geht. Ja, das reicht doch auch. Irgendwas kaputt geht oder so? Mein Gott, das ist mir auch platt. Ich will da auch keinen Stress mit haben oder so. Ich denke mal, die Hohen sind glücklich und zufrieden hier und alles wird gut. Dass die heil sind. Ja, die habe ich auch schon von außen aufgenommen. Deine neuen Wände, Fenster meine ich. Das Video ist mir nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass du es gesehen hast. Ja, ich habe es gesehen jetzt. Ich gucke jetzt mit zwei Augen durch. Das steht auch drin, 26. November. Das musst du nicht aufnehmen. Nein! Wird zur Erinnerung? Jo! Du willst doch nur mit auf die Bahamas! Das werde ich jetzt nicht sagen. Doch, das ist jetzt auch noch dokumentiert. vom wo ich jetzt so Vielen Dank.